...dass ich hier und heute, Otto Thier, im Namen der Parlamentarischen Bundeskommission, einen Otto-Pen-Hommage, komponiert von Oberst Heer und angebracht von der Garnemusik, schenken und dir nachträglich alles Gute zu deinem vor ein paar Eintragen gehabt, geblützten deutschen Otto, alles Gute. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.